Und habt einfach viel, viel Spaß. Ich weiß nicht, ob das alles so sinnvoll macht gerade. Ich sehe so ein bisschen aus wie vom Winde verweht. Das machen wir, das nutzen wir jetzt gerade, genau. Ich wollte nämlich gerade... Ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Es gibt einen super Post. Cool. Achso, warte mal. Es ist ja schon auf Reck, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war was für die Outtakes. Ah, cool. Gut. Jetzt fliegen wir eine Runde weg. Let's fly. Oh, jetzt gehört man Fly Away. Fly Away machen. Fly Away. Wo fliegen wir denn hin? Einfach mal an. Schneiden wir ja immer noch. Genau. So. Ja, wie cool. Selbst Kontrolle. Harry Hirsch. Guten Tag. Guten Tag. Hallo Harry Hirsch. So. Ah. Ah, Moment. Warte. Dass man hier nicht das Schildchen sieht von denen. Das wäre ja blöd. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Hä? Das war doch schon mal richtig gut. Jetzt, was könnten wir noch machen? Zwischendurch hat man ziemlich lautes Wasserhuhn gehört. Ja, aber das ist eben nicht schlimm. Ich bin mir nicht sicher, ob der Angelplatz von denen ist. Ach so, das weiß ich natürlich nicht. Aber der hat keine Angelsachen dabei. Die haben nur gar gepustet. Wir haben einen Kaffee mit. Ja. Also auf Dauer tut mir dahinter schon ganz schön mehr auf dem Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Das werden blaue Backen. Das ist cool. Blaue Backen. So, wo ist eigentlich der Reiher, wenn man ihn braucht? Das war. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017